jetzt lasse ich mit dem elektrischen motor noch die turbinen bis zu unterkühlen 820 ist max für reiseflug und der engine start 870 bis auf 1000 zeitlimitiert also da sind wir haben wir genug marge sobald triberg start abgeschlossen ist kommt die generator und dann wird die ganze channel b seite schenke porsche testen nach dem offensiv zu sehen Das war's für heute. 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 Das war's für heute.